Kleinster Standort, größte Community. Studierende, Lehrende und die Gemeinde Bad Gleichenberg sind an unserem Standort im Grünen perfekt vernetzt. Hier widmen wir uns besonders den Themen Gesundheit, Wirtschaft und Tourismus, ob direkt vor der Haustür im Thermenland oder in anderen Teilen der Welt. Was man hier studiert, wird auch täglich gelebt. Die familiäre Atmosphäre und top ausgestattete Labors machen unseren Standort Kapfenberg aus. Hier studieren und forschen wir in den Bereichen IT, Technik, Umwelt und Wirtschaft und deren Vernetzung. Ob berufsbegleitend oder Vollzeit, am Standort Kapfenberg starten internationale Karrieren. Graz ist die Stadt für wissbegierige Studierende, die urbanes Lebensgefühl suchen. An diesem Standort sind 36 Studiengänge angesiedelt, die sich um Informatik, Technik, Gesundheit, Soziales, Design und Wirtschaft drehen. Auch wenn Graz unser größter Standort ist, die Nähe zu den Studierenden und das Arbeiten in kleinen Teams sind uns auch hier wichtig. Unsere Standorte sind unterschiedlich, unser Auftrag ist der gleiche. Wir lehren und forschen nah an der Praxis, arbeiten eng mit Unternehmern zusammen, engagieren uns fächerübergreifend und international. Für die erfolgreichsten Absolventinnen und Absolventen. FH Joanneum. Study your dream.